Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute Abend um 19 Uhr startet das Lunara Wachen. Hier oben sehen wir es auch nochmal. Heute Abend um 19 Uhr geht es da los. Eine Stunde wird es da wahrscheinlich ein bisschen Probleme geben mit dem Einloggen. Wir machen nämlich einen Server, eine Serverwartung, aber eigentlich solltet ihr weiter spielen können. Es könnte aber hier und da mal zu Verwöhnungsabbrüchen kommen. Und die Saison des Konstrukts geht bis zum 16. April. Auch sehr spannend, dass wir jetzt wissen, wann die nächste Season losgeht. Außerdem wurde für Season 6 ein Datum announced, also Season 6 in Diablo 2, der 22. Februar. Da geht es dann in Diablo 2 rein in Season 6. Darum geht es aber heute gar nicht, sondern um die Leaderboards, die wir jetzt am Titel schon gesehen haben. Die Leaderboards und das Gauntlet, das bedeutet diese wöchentliche Herausforderung, wurde verschoben. War wohl zum 13. Februar geplant und wird jetzt verschoben, um da noch ein bisschen Feinpolishing, ein bisschen was dran zu machen. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Und ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil sie ja von Anfang an gesagt haben, dass das Ganze 6 Wochen nach Start der Season 3 kommen wird. Und 13. Februar wären ja gerade mal 3 Wochen, also Ende Januar haben wir Season 3 bekommen und dann am 13. Februar wären wir gerade mal 3 Wochen drin. Also ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass die Leaderboards und das Gauntlet jetzt so früh kommen, sondern ich bin mir sowieso bewusst, dass es 6 Wochen dauern wird. Aber da wurde wohl in einem Podcast für Xbox ein falsches Datum genannt und der Podcast wurde schon relativ früh aufgenommen und da gab es jetzt ein paar Verwirrungen. Jedenfalls am 13. Februar wird das Leaderboard nicht erscheinen, auch das Gauntlet nicht, sondern etwas später. Wir werden auch jetzt bald schon ein neues Datum bekommen, auch mit mehreren Informationen. Ich denke, da wird es dann auch wieder ein Campfire-Chat geben, wo dann nochmal mehr Informationen geteilt werden. Ich kann mir aber vorstellen, dass da noch andere Sachen mit reinkommen, wie zum Beispiel das Uber-Unit-Crafting, das hatte ich ja gestern euch erzählt. Das sollte ja auch mit dem nächsten Patch schon mit reinkommen. Also ich kann mir vorstellen, dass das in einem Campfire-Chat komplett einmal erklärt wird und gezeigt wird, einmal die Leaderboards und dann alles, was sonst noch in den Patch mit dazu kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie es verschoben haben, auch wenn sie es jetzt noch weiter verschieben würden, weil das meiner Meinung nach endlich mal der richtige Ansatz ist. Lieber man verschiebt es nochmal ein paar Wochen nach hinten und kann es dann releasen, ohne dass es Fehler gibt und Bugs und die das Spiel kaputt machen, sondern dass es halt released wird zu einem späteren Zeitpunkt und alles läuft flüssig und gut und ohne, dass wir mega viele Probleme haben. Das hatten wir ja gerade wieder zu Season 3 zu Beginn, dass es echt viele kleine Bugs gab und irgendwie drei Patches, bis dann endlich mal relativ bugfrei war. Deswegen finde ich das richtig, richtig gut, dass hier das Datum nach hinten verschoben wird, auch wenn es von Anfang an ein falsches Datum war. Aber dennoch finde ich gut, dass sie sich da Zeit nehmen, da nochmal ein bisschen Feinschliff reinzubringen. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Finde ich das gut, dass es verschoben wird und da nochmal ein bisschen Feinschliff gemacht wird? Gut, oder hättet ihr euch schon gewünscht, dass es jetzt am 13. schon kommt mit den Leaderboards? Ich finde, wir haben aktuell auch so viel zu tun. Die Season ist ja noch ganz frisch und heute mit dem Lunaren am Wachen muss jetzt nicht zwingend nächste Woche schon wieder das nächste Event kommen. Deswegen für mich ist das fein. Ich finde es ganz gut, dass es verschoben wird und dass da nochmal ein bisschen was dran gemacht wird. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde mich wie immer über ein Follow auf dem Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.